Herzlich willkommen bei Inside.ai, unserer Videoreihe zum Thema generative künstliche Intelligenz und die Nutzung und Anwendung vor allem in der Industrie. Wir haben in den vergangenen Videos bereits sehr viele Use Cases gezeigt, sehr viele Beispiele für Dinge, die jetzt schon mit generativer KI, wie zum Beispiel ChatGPT oder auch Text-to-Image-Tools wie MidJourney funktionieren. Und im Prinzip viele der positiven Seiten aufgezeigt. Es gibt aber auch eine Schattenseite von generativer KI. Und das möchte ich heute ein bisschen näher beleuchten und über die verschiedenen Aspekte sprechen, über die wir zumindest nachdenken sollten, wenn wir diese Tools einsetzen. Natürlich gibt es einige Anwendungsfälle, die uns allen einfallen, wenn wir generative KI zum ersten Mal erleben. Wenn wir beispielsweise sehen, wie einfach es heutzutage ist, ein Bild zu generieren oder besser gesagt zu fälschen. Denn diese Bilder, die aus den Tools natürlich erzeugt werden, sind keine echten Bilder. Die existieren so in der Realität nicht. Oder tun sie das? Das ist nämlich eine interessante Fragestellung, wenn wir uns anschauen, wie diese Systeme trainiert worden sind. Diese Trainingsdatensets, das können wir uns so vorstellen, im Fall von ChatGPT, ist ein riesiger Textkorpus aus dem gesamten Internet und mehr und darüber hinaus. Und in Fällen von Mid-Journey oder neuen multimodalen Modellen, wie auch GPT-4O beispielsweise, natürlich öffentlich verfügbare Bilder. Und diese Bilder wurden zum großen Teil auch ohne Erlaubnis der Rechteinhaber für das Training dieser Modelle verwendet. So, hier können wir es einmal sehr schön sehen. Und zwar ist es so, dass beispielsweise aus einem Marvel-Film quasi nicht eins zu eins, aber sehr ähnlich ein Ausgabebild erzeugt werden konnte. Links sehen wir also das Originalbild, das man so im Internet finden kann. Und rechts ist das Bild, was tatsächlich aus einem Textprompt mithilfe des Mid-Journey-Tools erstellt wurde. Ähnlich verhält er sich natürlich mit generell urheberrechtlich geschütztem Material, wie im Falle beispielsweise von Toy Story. Für einen Textprompt, der im Prinzip nur nach der Darstellung von Spielzeugen in einer animierten Darstellung fragt, erhält man folgende Ausgabebilder, die natürlich ganz klar aus dem Film Toy Story kommen. Die Bilder selbst kommen nicht eins zu eins aus dem Film, aber das Modell erzeugt auf Basis des Trainingsdatensets entsprechende Bilder. Es gibt jetzt auch einige Präzedenzfälle, wo es Klagen gibt gegen beispielsweise OpenAI oder Mid-Journey, wo Rechteinhaber von Bildern oder von Texten die Unternehmen verklagen, weil diese Modelle Copyright-geschütztes Material ausgeben können. Was heißt denn das? Die können Copyright-geschütztes Material ausgeben. Naja, im Falle von OpenAI ist es so, dass in einem Experiment oder in einem Versuch gezeigt werden konnte, dass bei der Eingabe bestimmter Prompts tatsächlich quasi ganze Artikel von der New York Times wiedergegeben werden konnten. Aber warum kann das passieren, dass diese Modelle Texte oder beispielsweise auch Bilder ausspucken können, die sich so lesen oder so aussehen wie Copyright-geschützte Inhalte? Durch das Training mit großen Datenmengen werden diese Modelle in die Lage versetzt, auf Basis bestimmter Eingaben eine entsprechende Ausgabe zu tätigen. Das heißt, bei einem Text-Prompt, wenn ich danach prompte, einen Artikel aus der New York Times zu einem bestimmten Thema zu erhalten, dann wird das Modell erstmal versuchen, möglichst nah an einen solchen Artikel heranzukommen. Und wenn ein solcher Artikel im Trainingsdatenset enthalten ist, dann kann es auch passieren, dass dieser Artikel teils sogar auch wortwörtlich wiedergegeben wird, obwohl das Modell diesen Artikel nicht direkt abgespeichert hat. Das Modell besteht, wie ich im ersten Video auch schon erwähnt habe, aus einer Vielzahl an sogenannten künstlichen Neuronen oder auch im Englischen Weights genannt, die, wenn sie entsprechend in ein Computerprogramm eingebunden werden, diesen Text erzeugen können. Man kann das vereinfacht dargestellt als eine Art Kompression verstehen. Dabei ist es aber keine verlustfreie Kompression, sondern eine verlustbehaftete Kompression. Das heißt, das Trainingsdatenset wird nur in Teilen abgebildet. Es kann aber trotzdem dann passieren, dass diese Modelle entsprechende Informationen wieder ausgeben. Und die Inhaber von beispielsweise Bilddatenbanken oder im Falle von New York Times klagen jetzt gegen OpenAI, weil sie sagen, dass ihre Urheberrechte verletzt wurden. Und da gibt es noch keine abschließende Rechtsprechung. Die Entwickler dieser KI-Systeme beharren auf dem Fair-Use-Prinzip, also sagen, dass sie im Grunde genommen die Daten im Sinne des US-amerikanischen Fair-Use nutzen, das eine Nutzung von Daten unter bestimmten Aspekten erlaubt, auch die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Daten, sofern beispielsweise das entstehende Werk entsprechend abgeändert wird. Und hier gibt es entsprechend auch noch keine abschließende Antwort, was das für den Einsatz beispielsweise auch im industriellen Kontext bedeutet. Wenn ich jetzt also ein Sprachmodell von OpenAI nutze oder von Google oder von Anthropic beispielsweise, muss ich dann kontrollieren, was dieses Modell ausgibt? Und da wäre meine klare Antwort, natürlich muss ich überprüfen, ob der Inhalt, der von einem solchen Modell ausgegeben wird, gegebenenfalls ein Urheberrecht verletzt. Denn genauso wie das passieren kann, wenn ein Kollege mir einen Bericht erstellt und ich diesen Bericht nicht überprüfe, kann es natürlich sein, dass der Kollege urheberrechtlich geschütztes Material verwendet hat. Und hier ist im Prinzip keine Veränderung zum Status Quo zu sehen. Nur weil ich jetzt ein Large Language Model oder einen Text-to-Image-Generator verwende, dann heißt das nicht auch automatisch, dass ich diese Inhalte komplett frei verwenden kann. Obwohl es hier schon erste Gerichtsurteile in vereinzelten Regionen gibt, die sagen, dass die Inhalte selbst, die entstehen, nicht Copyright geschützt werden können. Das heißt aber natürlich nicht, dass diese Inhalte kein Copyright verletzen können. Und deshalb plädieren wir natürlich in diesem Fall immer dazu, dass man nicht einfach gedankenlos die Inhalte von einem Text-to-Image-Modell oder von einem großen Sprachmodell einsetzt, sondern natürlich auch hier, wie gehabt, das Ganze überprüft und nur entsprechend nach einer Freigabe dann auch verwenden kann. Und wenn wir schon bei dem Thema Bildgenerierung sind, dann haben viele von euch bestimmt schon festgestellt, dass diese generierten Bilder immer mehr Einzug auch beispielsweise in Plattformen wie LinkedIn oder Twitter erhalten. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was das für uns auch bedeutet, wenn wir in Zukunft im Prinzip nur noch diese KI-generierten Bilder verwenden. Zum einen, solange das Thema des Urheberrechts noch nicht geklärt ist, ist es natürlich rechtlich erstmal unkritisch, diese Bilder zu verwenden. Die Frage ist natürlich, was man für eine Botschaft damit senden möchte. Ich selbst habe natürlich auch schon frühzeitig beispielsweise mit Tools wie Stable Diffusion Bilder generiert und ich sehe diese Tools auch als ein mächtiges Werkzeug innerhalb auch eines schöpferischen Workflows. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass der Einsatz dieser Tools nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn er auch einen wesentlichen Beitrag leisten kann zu dem Endergebnis, das man erzeugt. Das heißt, die bloße Erzeugung eines Bildes mit einem einfachen Text-Prompt und das erste Bild zu nehmen, was mir das Tool ausspricht, könnte im Falle von LinkedIn oder anderen Plattformen in Zukunft vielleicht darauf hinweisen, dass man keinen großen Wert auf das Endergebnis legt, weil man ja sich zufrieden gibt mit dem erstbesten Ergebnis, was man aus einem Tool herausnehmen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir über generative KI sprechen, dass wir diese Modelle immer als eine Art Werkzeug verstehen und nicht als ein End-to-End-Lösungsansatz, der jetzt wirklich alle unsere Aufgaben ersetzen soll. Diese Modelle wurden auf menschlich erstelltem Text oder Bildern, die von Menschen erstellt wurden, trainiert. Dementsprechend sind auch menschliche Denkweisen, Denkmuster oder auch Vorbehalte in diese Modelle eingeflossen. Und hier sprechen wir häufig von einem sogenannten Bias, den diese Modelle aufweisen können. Das heißt, diese Modelle können Vorbehalte, die häufig genannt werden, die beispielsweise auch in Internetforen diskutiert werden, sich einverleiben und diese Vorbehalte dann auch in Ausgaben widerspiegeln. Die verschiedenen Unternehmen versuchen natürlich, durch entsprechende Richtlinien diese Modelle in Schach zu halten. Das heißt, gewisse Eingaben werden rausgefiltert, beziehungsweise diese Modelle haben im Standard auch eine lange Liste an Anweisungen, wie sie zu handeln haben und was sie vielleicht auch nicht zu tun haben. Das kann aber auch ganz schön nach hinten losgehen, wie wir es beispielsweise im Falle von Google Gemini vor einiger Zeit gesehen haben. Da war es nämlich so, dass unter anderem durch dieses Versuch der Einschränkung des Modelles das dazu geführt hat, dass die Ausgaben dann tatsächlich nach hinten losgegangen sind. Und zwar konkret ging es dabei darum, dass beim Generieren von Bildern über das Gemini-Modell das Modell offensichtlich immer darauf angewiesen wurde, das Thema Diversität in den Bildern auch zu verdeutlichen. Das heißt, bei der Abbildung von Menschen nicht nur weiße Männer abzubilden, sondern Menschen unterschiedlicher Herkunft, auch unterschiedlichen Geschlechts. Das hat dann allerdings dazu geführt, dass beispielsweise, wenn man den Textprompt eingegeben hat, das Bild von deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, dass plötzlich nicht mehr nur weiße Männer abgebildet waren, sondern tatsächlich auch dunkelhäutige Menschen in Nazi-Uniform oder Frauen in Nazi-Uniform, weil das Modell tatsächlich überkorrigiert wurde, wenn man es so will. Das heißt, und hieran kann man sehr schön sehen, dass der Umgang mit diesen Modellen ein vollständig neues Paradigma darstellt. Das heißt, eine vollständig neue Denkweise, wie wir tatsächlich technische Systeme auch absichern müssen, bis hin zum Thema des Missbrauchs. Es gibt für Unternehmen da natürlich verschiedene Fallstricke. In Hongkong gab es vor einiger Zeit einen Fall, der durch die Medien ging, wo offensichtlich ein Mitarbeiter getäuscht wurde durch einen gefälschten Videocall, bei dem er von seinen Vorgesetzten dazu veranlasst wurde, einen hohen zweistelligen Millionenbetrag auf ein Konto zu überweisen. Und natürlich müssen wir aus industrieller Sicht, aus Sicht von Unternehmen mit solchen Fällen lernen, umzugehen. Und aus unserer Sicht ist das erste Mittel der Wahl, darüber zu sprechen und tatsächlich im Dialog auch uns klarzumachen, was technologisch möglich ist, was wir vielleicht auch selber schon auch nutzen können an Tools, aber wo wir natürlich die Grenzen setzen. Und ich glaube, da ist es notwendig, dass auch entsprechende Richtlinien vereinbart werden, um die Nutzung der Tools dann entsprechend entweder freizugeben oder einzuschränken. Es gibt allerdings zahlreiche Studien, die belegen, dass bei einem Verbot oder einem grundsätzlichen Verbot dieser Tools, diese trotzdem im industriellen Kontext genutzt werden. Und deshalb ist es so umso wichtiger, dass man hier eine gute Möglichkeit findet und entsprechende Richtlinien auch in den Unternehmen entwickelt, um die Nutzung dieser Tools zumindest für bestimmte Anwendungsfälle freizugeben und zu ermöglichen. Es gibt da tatsächlich eine ganze Palette von Möglichkeiten, von angefangen natürlich bei den großen Anbietern direkt wie OpenAI oder wie Microsoft oder Google, bis hin zu eigens gehosteten Lösungen, beispielsweise in der Microsoft Azure Cloud oder zu lokalen Sprachmodellen, die man dann tatsächlich auf eigener Infrastruktur betreiben kann. Da werde ich in einem weiteren Video noch genauer darauf eingehen. Im Prinzip ist aber klar, dass diese Tools in der Breite nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken sind. Diese Tools sind zum Teil auch offen und frei verfügbar und veröffentlicht. Wir müssen also auf gesellschaftlicher, aber natürlich auch auf unternehmerischer Ebene also gute Lösungen finden, wie wir damit umgehen wollen. Bei all dieser Euphorie, die ja häufig in das Thema Generative AI verbreitet wird, gibt es also, wie gesagt, natürlich auch zahlreiche negative Aspekte, zahlreiche Schattenseiten, auch viele ungeklärte Fragestellungen, auf die auch wir noch keine abschließenden Antworten haben. Letztendlich ist es aber so, dass wir eine Art technologische Revolution erleben, die in der Geschwindigkeit nicht mit etwas vergleichbar ist, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe und daher der festen Überzeugung bin, dass ein Abwarten keine Option ist. Diese Tools sind frei verfügbar. Diese Tools können von jedem genutzt werden. Diese Tools sind auch teilweise sehr zugänglich und daher ist es umso wichtiger, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass diese Tools sinnstiftend eingesetzt werden. Und da komme ich dann zu einem Thema, das tatsächlich natürlich auch sehr häufig diskutiert wird, wenn man über das Thema KI und über generative KI spricht, nämlich das Thema der Arbeitsplatzveränderung oder im schlimmsten Fall des Arbeitsplatzverlustes. Und hier gibt es natürlich auch häufig die sehr schönmalerische Darstellung von den großen Technologiekonzernen, dass sich unsere Arbeit nur verändern wird und im Prinzip diese Tools uns befähigen werden, Besseres zu tun. Und natürlich für viele Anwendungsbereiche, und ich merke das beispielsweise auch in meinem Arbeitsalltag, da unterstützen uns diese Tools, da wird man schneller durch diese Tools und kann tatsächlich auch Dinge tun, die man vorher vielleicht nicht in der Lage war zu tun oder nur mit sehr viel mehr Lernaufwand hätte umsetzen können. Es ist aber definitiv so, dass für bestimmte Aufgabenbereiche diese Tools bald eine Reife entwickelt haben werden, dass theoretisch Aufgaben entfallen werden können. Wenn wir beispielsweise an Berufe denken, in denen es hauptsächlich darum geht, Informationen von einem Medium in ein anderes Medium zu überführen, dann kann es sein, dass diese Berufe tatsächlich vollständig in Zukunft von KI ersetzt werden. Und dann stellt sich natürlich direkt die Frage, was heißt das für die Menschen, die aktuell diesen Tätigkeiten nachgehen? Und hier gibt es natürlich auch noch keine abschließende Antwort darauf. Viel wichtiger ist, dass wir uns diese Frage stellen und dass wir gemeinsam Mittel und Wege finden, um das Bestmögliche für unsere Gesellschaft zu erreichen. Natürlich kann man auf der einen Seite darüber nachdenken, die Arbeitszeit generell zu reduzieren, um beispielsweise diesen Effizienzgewinn dann auch am Ende den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zukommen zu lassen. Das kann natürlich funktionieren. Allerdings befinden wir uns natürlich weltweit in einem Wettbewerb mit auch Ländern, in denen beispielsweise der Arbeitnehmerschutz keineswegs so ausgeprägt ist wie in Deutschland. Und hier müssen wir uns tatsächlich mit diesen Fragen beschäftigen und insbesondere auch Unternehmen müssen sich mit diesen Fragen beschäftigen. Das heißt auch heutzutage schon sich überlegen, in welchen Tätigkeitsfeldern innerhalb des eigenen Unternehmens die größte Veränderung bevorsteht. Und hier kann man natürlich proaktiv schon überlegen, wie man beispielsweise diese Mitarbeiter weiterschuhen könnte, damit die weitere Tätigkeiten übernehmen oder andere Tätigkeitsfelder übernehmen können. Das ist nämlich eine weitere Stoßrichtung. Wenn wir einmal darüber nachdenken, dass diese Tools auch befähigen können, auch Menschen unterstützen können, Tätigkeiten zu übernehmen, die sie vielleicht bislang nicht abbilden können, dann ist das durchaus natürlich eine legitime Art und Weise, mit dem Thema umzugehen. Wir am Fraunhofer IEM arbeiten schon seit vielen Jahren beispielsweise auch mit der IG Metall zusammen und haben schon viele Projekte im Kontext von dem Dachbegriff Arbeit 4.0 umgesetzt und haben dort immer wieder gesehen, wie wichtig es ist, dass man frühzeitig mit der Belegschaft und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von einer Technologieeinführung beispielsweise auch betroffen sein werden, ins Gespräch kommt und gemeinsam auch diesen Einführungsprozess gestaltet. Und hier sehe ich ein großes Potenzial auch dieser Technologie, dass man gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich darüber nachdenkt, wo diese Werkzeuge heutzutage schon einen großen Mehrwert bringen können, wo diese Werkzeuge beispielsweise auch die Arbeitszufriedenheit steigern könnten. Um das Ganze nicht immer nur schwarz und weiß zu malen, sondern auch einen guten Mittelweg zu finden, der zwischen der Angst und Panik des Arbeitsplatzverlustes und der überschwindlichen Euphorie im Prinzip eine Art realen und realistischen Weg abbildet. Ja, es gibt tatsächlich noch viele weitere, auch kritische Themen, die im Bereich der generativen KI diskutiert werden und es ist schwierig, ein abschließendes Urteil zu fällen. Klar ist allerdings, dass wir hier mal eine differenzierte Betrachtung vornehmen müssen und dass wir uns, gerade wenn wir in industriellen Anwendungen diese Tools einsetzen, natürlich uns darüber im Klaren sein müssen, was das auch für rechtliche Folgen haben kann und haben könnte. Wir plädieren, wie gesagt, immer dafür, dass man frühzeitig mit den Menschen spricht, die solche technischen Systeme betrifft. Das gilt nicht nur für das Thema künstliche Intelligenz, das gilt im Prinzip bei allen Change-Prozessen innerhalb der Unternehmen und hier haben wir tatsächlich viele Jahre Erfahrung und begleiten unsere Partner auch dabei, diese Systeme, diese Tools bei sich einzuführen, in die Pilotierung zu gehen und das Ganze auch in den Produktivbetrieb zu überführen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video ein bisschen auch dieses ganze Thema der negativen Aspekte rund um das Thema generative künstliche Intelligenz eingehen konnte und freue mich, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lässt, wenn ihr unseren Kanal abonniert und bis zum nächsten Mal.